so hallo das ist eine testaufnahme ich möchte einfach mal wissen wie laut das ist hilft mir vielleicht auch ich bin jetzt etwa 22 volle ausgestreckte hochkantige hände vom mundschutz weg ich meine das ist laut genug ich meine ich muss ja nicht ganz daran gehen ich gehe mal ein bisschen näher ich bin jetzt aber auf einer armen länge natürlich wesentlich lauter jetzt aber dann habe ich hänge ich fast ein bisschen rüber zum mikro entweder muss ich noch weiter vom mund machen wenn ich das hier machen möchte oder nicht mal gucken was besser klingt ich bin jetzt sehr nah am mikro und ich glaube näher muss ich nicht ansonsten knutsche ich es noch ein bisschen weiß ich knutsche dann den den pop-up schutz oder filter das muss ja nicht sein und ja ich gehe jetzt mal wieder zurück jetzt sitze ich ganz normal in meinem stuhl bin ich wesentlich leiser aber ich will einfach mal wissen wie das klingt ok testaufnahme ende